in Ruhe. Du kannst nicht ohne deinen Sohn. Lass ihn in Ruhe. Mit 21 arabische, afghanische, russische Männer, die sind schon lange draußen, machen sich eigenständig. Unfassbar. Ich, das ist mein Stream, ich entscheide, wer meine Krieger sind. Ich entscheide, wer mit mir in einer Reihe steht und ich möchte sowas nicht haben. Dann höre ich lieber Frequenzmusik und setze mich draußen halbnackt auf die Straße. Völliger Schwachsinn. Sie heult nicht, die sind eiskalt, Mann. Sie ist eiskalt. Sie lacht jetzt einfach nur und später wie Dimitri Roman. Roman, ich lach nicht. Dann gibt es wieder Kartoffeln mit Bilu Bilu und das war es. Fertig, aufs Ende. Mit 28 geht er dann raus und als Ausrede sagen die, es geht um die Finanzen. Völliger Schwachsinn. Der Junge gehört raus. Der Junge gehört raus und er muss, wüsste, wie das ist. Doch, ausziehen wir. Gehen wir rausgehen, aber er kann mit Männern geben. Anschicht er auch mit 21. Ey, hört zu. Ich will dich nicht in meiner Community haben. Raus damit, ja? Raus damit die Erziehung von Kindern kaputt machen, die aus Männern machen die einen Lorenz, ja? Oder einen Lennart. Raus damit. So. Fertig, aufs Ende. So. Und kule, kule asoras, kule erotis, kerem da farke boboit. Ja. Ich habe auf Afghans gesagt, dass Kreatin nicht gut ist. So. Ja. Und alle raus, die sagen, respektlos, respektlos. Mein Kind war auch bis 54 bei uns und ihm wird es gut. Kumasaki? Kumasaki. Das wohl, also holen wir Oktobus. Ja. Masse bitte raus. Ja, Mace. Dankeschön. Hallo Coach Frankie, ich habe eine Frage. Guten Tag, hallo erstmal. Guten Tag, sehr guten Tag. Was macht man bei Schienbeinkartensyndrom? Was? Schienbeinkartensyndrom und Patella-Schwitzensyndrom. Einfach, äh, äh, körperhause. Und meine eine... Oktay? Was geht ab, Coach? Was geht, Oktobus? Ja, hallo. Alles klar? Alles klar, wie ihr? Ja, normal, normal, bestens. Alhamdulillah. Wollt mich, wollt mich. Ja. Und was jetzt? Ich wollte noch was fragen, ob ich was fragen darf dich. Du wolltest was fragen, ob du was fragen darfst? Ich wollte dich fragen, ob ich dich was fragen darf. Ja, äh, äh, ja. Äh, so Eistee, den du machst, mit Tillychay und so ähnlichem. Ist da dann noch Tein drin oder ist das nur noch so... Ne, 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 also wenn du dein Grüntee mit türkischem Eistee mixt, dann natürlich hast du ein bisschen Tein drin. Warum? Explodierst du von Tein? Zora, ja schön, dass du bist. Hallo AfD. Ne, aber ich, äh, will davon nicht zu viel zu mir nehmen. Äh, achso, ich habe nur gewartet, bis AfD was schenkt. Könnt ihr ihn bitte rausschmeißen? Jetzt könnt ihr ihn rauswerfen. Ja, sofort rauswerfen, ja. Äh, die glauben nur, weil ich zu meinen Leuten streng bin, ja, bin ich zur AfD gut. Raus mit euch, Mann. Ja, äh, kann ihn bitte, AfD bitte hochgehen, rausschmeißen. Dankeschön. Sofort, ja. Äh, also Oktay. Und danke für deine zwei Euro. Hahaha. In your face, ja. Krieg du uns erstmal raus, Digga. Ja, alle ein Herzchen rein. Sogar wenn die AfD an der Macht wäre, ja. Das war nur Manipulation. Äh, die Bundesregierung hat die AfD gehypt. Äh, dann ist klar, wenn Nazis, wenn Rassisten gehypt werden, dass dann alle auf die Straße gehen. Und in Wahrheit, hinter uns werden Ukraine Krieg wieder bezahlt. Äh, Palästina Krieg wird bezahlt. Blablabla. Das ist einfach nur pure Ablenkung, ja. Also man hätte das gleich ersparen können. Man hätte gleich die Befugnis nehmen können, äh, überhaupt am Parteitag teilzunehmen. Alle ein Herzchen rein. Alles als Schwachsinn, ja. Das ist einfach nur Show alles. Und die AfD wird genutzt. Und die AfD ist mit Israel so. Also, äh, das ist alles nur Show. Es geht nur um Ausgrenzen, Ausgrenzen, Ausgrenzen. Und das tun die da drüben am Gazastreifen ja auch, ja. Also es ist egal, ob das die AfD heißen, ob die, ähm, ja, ob die irgendwelchen israelischen Parteien haben. Aber das spielt keine Rolle, ja. Das wird von irgendwo finanziert alles. Ich will damit nichts zu tun haben. Raus damit, ja. Ähm, also. Und Deutschland waren sie alle schon 20 Jahre vorher vorprogrammiert, ja. Das ist alles möglich.